Hallo und Willkommen zu Lone Star. Wir spielen Beyond the Steel Sky. Wir sind bei den Koordinaten angekommen und schauen uns jetzt mal um, was es hier zu verbergen gibt. Ja, sieht auch gefährlich aus. Da geht es in den Zerhexler. Da ist nochmal eine Außentreppe. Da geht es in irgendeinen Roboter. Vielleicht können wir da Joey einbauen. Vielleicht gucken wir erstmal unten. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was man brauchen kann. Chunk. Okay. Ah, what? Who are you? Whoa! Hello. What do you want? Your security? No. I'm looking for a guy called Leet. Well, you just found him. Leet's the name. Text the game. What can I do for you today? It's about a friend of mine. A guy called Graham. I think you know him. I'm looking for some information. What sort of information? I need to know what he was doing here. Listen, pal. I can barely remember my own name. Let alone every Tom, Dick and Graham that comes through here. I'll have to check my records. Sure. But, oh, my heat. What's up? Are you okay? Ah, it's my bleeding noggin. Need my medicine. Your medicine? Aye. My medicinal moonshine. It's over in the other building. Take this and flip to the top. Then bring it back here. And you'll check your records? I will. Empty green bottle. You can trust me, pal. An unspoken deal had been made. Leet wanted his moonshine. I wanted information. Allo hole. A model unicorn had been made out of plasticine. Eine kleine Anspielung an Blade Runner. I wouldn't touch that, pal. Not if you know what's good for you. Äh, und den Fisch vielleicht? It was a rubber fish. Oh, stay away from our office, you scanner. Aber ich wollte doch mal lesen, was da hinten steht. Ich kann es nicht lesen auf die Entfernung, was... was er da für einen Text hat. Ah, ja, okay. Danger. It looked like the control panel for the conveyor belt and the crusher. So, jetzt ist hier gleich mal ruhiger. Hi. Wieso kann ich mich da verstecken? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Minus ein Crowbar. Den bekomme ich also nicht mehr wieder. Wir könnten das wieder anschalten, aber ich habe eigentlich gar keinen Grund dafür gerade. Ich habe es nur ausprobiert und es ging. Ach, er ist wieder hinter seinem Tisch hier. Da versteckt er sich. Also, schauen wir mal in den anderen Turm. Ja, schön hier oben. Aber die beste Gegend ist halt unten. Können wir ihn verfolgen lassen? Oh. Besser speichern wir mal, ne? Da geht nix. Kann ich ihn da irgendwie reinlocken? Ich versuch's mal. Was passiert denn, wenn ich zu nahe hingehe? Ich versuch's mal. Also man kann wohl nicht wie in dem ersten Teil dauernd umkommen. Das wäre wie eine gute Stelle gewesen. Gut, das hatten wir ja schon gemerkt. Sonst wäre das schon früher auch schon passiert. Aber... Ich weiß jetzt noch nicht, wie es weitergehen soll. Was passiert denn, wenn wir uns wieder anmachen? Ah! Stecken wir uns mal. Und raus. Und... Anschalten. So... Sehr schön. Und wir haben uns ein Crowbar wiederbekommen. Es war mein Crowbar. Ich habe ja gedacht, wir könnten Joey da einbauen, aber ging nicht. Er hat ja auch Glück gehabt, dass es nicht gleich durchgeschreddert hat. Anker. Anker. Hier nochmal links rum. Hier geht es also eine Treppe hoch. Was wäre denn rechts rum gewesen? Ich bin Mensch. Okay. Was ist denn auf der Seite? Ah ja. Wir können hier außen noch den... anderen Weg nehmen. Pipesystem. Pipesystem. Wir müssen den jetzt abschalten. Ich wüsste aber gar nicht warum. Ich wüsste aber gar nicht warum. Wo bekomme ich den Moonshine her? Wo bekomme ich den Moonshine her? Ah, hier ist die Destille. Da können wir ihm auch welches geben. Flasche dran. Kann man es dann abschalten? Was gibt es denn hier? Das ist die andere Seite. Nett. Danger. Finde ich schön, dass wir das hier nochmal drüber geschrieben haben. Falls hier mal jemand entlang laufen sollte. Ah, sieht schon hübsch aus. Da unten ist glaube ich auch nochmal Pipesystem. Hier ist Pipesystem. Aber wenn wir schon mal hier sind, gehen wir doch gleich nochmal die Treppe hoch. Falls wir oben überhaupt weiter dort kommen. weil der Ofen ist ja noch an. Weil der Ofen ist ja noch an. und es wird nicht ört. Und es wurde nicht ört. Und es wurde nicht ört. Es war ein schweres Anke. Ein Lichtschalter. Können wir vermutlich das Anchor anmachen. Gas Control. Ich glaube, wir müssen das noch nicht sprengen, oder? Schaut euch das mal an, das ist doch wirklich hübsch. Dann klettern wir noch mal ganz hoch. Ich dann machen, Gas austreten lassen, das Ding sprengen. So, jetzt sind wir ganz oben. Wollen wir echt den Anker haben, oder? Da ist der Schlot. Naja, aber muss ich jetzt wirklich das kaputt machen? Na klar, wir könnten es, wenn wir schon mal hier sind. Aber es muss ja nicht sein, oder? Wir merken uns das einfach mal. Und kommen bei Bedarf da nochmal her. Also wieder runter. Wir brauchen noch einen neuen Roboter für Joey. So, moonschein. Das Programm da im Hintergrund müssen wir mal in einen C64 eingeben, oder sowas. Now give me that bottle. So, what do you want to know? Joa, dann fragen wir uns erstmal nach Graham Grundy. Da reden wir aber trotzdem erstmal über den Security-Droid. So, what's the deal with that Security-Droid? Nasty old rust bucket. Wouldn't he let me near my booze? Any more of them around? Not that I know of. I can celebrate now. Got a good stash of booze ready to go. Simple things, eh? Do you know anything about missing children? No. I've been tracking a child across the gap. And the trail ends here, in the city. Can he help you? You can't? I'm sure Graham was connected somehow. Hang on. Did you say you were in the gap? How did you even get into the city? That's where we're going. I got one of those visitor U-chips. You've got a visitor U-chip? Yeah. So? Is that why you came to see old Leet? Kinda. Yeah. I'm having some issues with my U-chip. Can you help? You bet. It's what I do. Well, there's a weird security flag on Graham's ID. Maybe that's why I can't access his messages. Oh? And every time someone scans my U-chip, they notice the error. A mentor from the Ministry of Wellbeing is investigating it right now. You what? And you came here. You know they can track those things, right? I, uh, guess. We need to get that flag removed immediately. This could bring down my entire operation. Right. What do you need me to do? What's for a operation actually? Quick, get your hand on my workbench. Now. That's what I need to do. That's what I need to do. It was a clamp like the one Ember had on her bench. Probably for you-chip hacking. Why is it so tight? Just stop you getting away, you idiot. What's the cleaver for? What do you think? One more U-chip for my trade, and two more thumbs for my collection. What? What still? While I focus on your wee digits. I had to think fast. There had to be something within reach that I could use. I've got a wee sack of U-chip, so... The rubber fish just bounced off the guy's face. That's one more thumb for Jimmy the Thumbs. Also, versagt. Wir hätten vielleicht die Flasche nehmen sollen. I smashed the bottle over the guy's head. Eat it! Nobody's ever got the best at Jimmy the Thumbs! Until now. So, you aren't lead then? Ich habe nie gesagt, dass ich das war. Oh, ja, du hast. Du maniac. Jeder hat einen Job. Was ist mit Stamm collecting? Sie nennen mich Jimmy the Thumbs, pal. Nicht Jimmy the Philatelist. Thumbs? Das ist was du für? Und die U-chips. Aber die Thumbs. Was machst du denn mit ihnen? Just collect them. I like the approval they give me. Oh, yeah, I forgot. You're crazy. Now, tell me where to find Leet. The real Leet. He's hiding out. In a place too hot for the likes of you. Folks call it the... Hellfire Club. Save your riddles, Jimmy. And with that, Jimmy passed out. Look like I have to find the real Leet on my own. The real Leet? Naja, das sieht doch ganz nett aus. Naja, also der... Der Rubberfish, der hätte ich mir mehr von versprochen. Weil so groß wie der ist, hätte er den richtig umhauen müssen. It was a nasty looking Cleaver. Nehmen wir am besten mit. Ja, ich kann mir aber den Quellcode da hinten nicht anschauen. Schade. Ich nehm dir auch deinen Unicorn weg. Oh, nice. Also müssen wir den echt sprengen jetzt? Was? Some of the trash was marked with the Logo of Asia City. Jo. Dann machen wir da drüben mal das Feuer aus. Und das war ja oben. Können wir vielleicht da unten noch was einsammeln? Ich glaube in der Ecke habe ich noch gar nicht geschaut. Nee, ich glaube hier gibt es sonst nichts. Also hoch aufs Dach. Da ist dann vielleicht der Eingang in den Hellfire Club. Wäre aber ein komischer Eingang. Mit dem Cleaver können wir jetzt den Anker befreien, würde ich sagen. Licht aus. Was? Wo geht denn eigentlich diese Fuse Box hin? Zumindest Licht haben sie noch. Die Scheinwerfer bekomme ich nicht angezeigt. Den Kasten auch nicht. Ich weiß aber nicht, wo der schaltet. Inventory. Die. Hat das uns jetzt was gebracht? Feuer brennt noch. Ja. Planning, warum? Der Beste. Heißt. Der Tempest hat sich centrale schön gesehen. Die Sascha klare. Der Gas lautet. Der Gas Mini hatay gesehen. Oh nein, das war leuk. Broken Light. Dann drehen wir doch mal eine neue Sicherung rein, hm? Aber nur Strom und Plastik-Sprengstoff, das funktioniert nicht. Dann, fire in the hole! So, jetzt ist hier oben Feuer. Das finde ich nett gemacht, wie er sich davor zurückdreht. Gar nicht weiter will. Ja, wir müssen jetzt wieder runter. Ich würde sagen, das mache ich alleine. Machen wir an dieser Stelle doch lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.